Reflexive Verben sind Verben mit einem Reflexivpronomen sich. Wir verwenden solche Verben, wenn Subjekt und Objekt dieselbe Person ist. Viele Verben im Bereich der Körperpflege sind reflexiv. Zum Beispiel sich rasieren, sich waschen und so weiter. Hier haben wir ein paar Beispiele. Sich waschen. Ich wasche mich. Aber Achtung, ich wasche mir meine Hände. Hier haben wir ein Akkusativobjekt, meine Hände, deswegen verwenden wir den Dativ mir. Sich rasieren. Sie rasiert sich die Beine. Hier haben wir wieder ein Akkusativobjekt, die Beine. Deswegen verwenden wir hier auch den Dativ sich. Morgens dusche ich und wasche das Gesicht. Danach schminke ich. Wir überlegen jetzt. Habt ihr schon? Morgens dusche ich mich und wasche mir das Gesicht. Danach schminke ich mich. Das war's für heute. Bis dann.